Servus und grüß, gut beieinander. Ich habe ein wichtiges Anliegen und zwar findet vom 31.1. bis zum 13.2. eine Einschreibung für Volksbegehren statt. Das Volksbegehren heißt Rettet die Bienen. Und ich gehe da hin, weil mir das wichtig ist. Seit 1989 ist die Population der Bienen um 75% zurückgegangen und man kann sich vorstellen, wie das weitergeht, wenn die Politik nichts macht. Deswegen setze ich mich dafür ein. Deswegen will ich, dass da möglichst viele Leute hingehen. Wir brauchen eine Million Stimmen und jede Stimme Zeit. Also, ich hoffe ihr geht's hin. Ich gehe hin, ich bin dabei. Macht's jetzt kurz. Servus.